Und zwar heißt der Song der Affeltrautentraue. Genau, Seestöre und Murmze. Hier wurde er heißen der Affeltrautentraue. Und ich kann das nicht verstehen, dass dieser Song eigentlich so wie der Erdzeit nicht verboten war. Aber, nichtsdestotrotz, jetzt können wir ihn wieder spielen. Ich hoffe, ihr werdet nicht verhaftet. Der schießt in Kreistadt. Rolandstadt! Nein! Rolandstadt! Rolandstadt! Magnusik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020